Das sind die ersten Damen vom Wir haben es gehört, die ersten Damen des SC Charlottenburg, nominiert vom Hockeyverband. Die sind alle relativ jung noch. Es macht wahnsinnig viel Spaß mit ihnen zu arbeiten, weil die auch noch Entwicklungspotenzial haben. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Die Damen des SCC Berlin spielen in der zweiten Bundesliga. Die Mischung ist eigentlich das Besondere. Also wir haben wirklich von Schülerinnen bis, arbeitet schon seit fünf, sechs Jahren alles dabei. Trotz des Altersunterschiedes ersetzen sie sich gegenseitig bestens. Es ist ein super Team von Mädels. Die haben einen super Zusammenhalt. Die sind echte Kämpferinnen. Wenn auch sie der Meinung sind, dass der SCC Berlin den Amateursportpreis verdient hat, dann stimmen sie ab für die Hockey-Damen aus Charlottenburg. und beachte das Zurück. Darzyd APIs Wir haben einen super���igen Böpp Ig i Wolfset. Wir haben wir fünf Jahre her, die wir in der letzten Soon c énorme. Sch くzę-sch Leben. inos-LI-Ber ка-Ski Creating ismo-Le Was breaking Med framework. Di Moment. Weg. Left